Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Corel P100, der mit der Zahl in Rane herzlich willkommen zurück. Es ging gleichzeitig schneller und auch langsamer, als ich gedacht habe, zu Batman, dem Telltale-Spiel. Episode 2 ist raus und die spielen wir jetzt einfach. Ich werde gar nicht lange introducen und so. Eins nur vorweg, falls Leute randomerweise dieses Video gefunden haben, schaut euch erst die ersten vier Parts an. Die zeigen Episode 1, ansonsten werden die Story-Zusammenhänge jetzt für euch wahrscheinlich wenig Sinn ergeben. Das Ganze ist komplett blind. Wir starten rein. Ich will gar nicht lange warten. Badabing, Badabing, Episode 2. Kinder von Arkham. Aus seinem alten Freund wird er ein neuer Gegner, während Bruce mehr über das Vermächtnis der Familie Wayne erfährt und Batman seinen Kampf gegen Verbrechen und Korruption auf ganz Gotham ausweitet. Ja, wir haben ja am Ende des ersten Episoden-Parts gelernt. Anscheinend sind unsere Eltern ein bisschen scheiße gewesen. Hm. Finden wir es raus. Na gut, hätte ich nicht zusammenfassen müssen, ne? Haha. Eine Revolution ist knacken auf Gotham's door. Wenn das Ganze beginnt, sicher bist du auf der richtigen Seite. Mr. Wayne, danke dir, dass du dein Haus für uns öffnest. Together, wir werden Gotham verändern. Harvey Dent, Gotham's nächste Mayor, und sicher zu wissen. Vicky Vale, nicht interessiert. Und Reporter für die Gotham-Gazette. Carmine Falcone? Ist die Dent-Kampagne solicitiert die Vögel von Gotham's größten Crime-Familie? Ihr Vater wusste, welche Hand zu schreien. Sie wissen, welche Hand zu schreien, nicht zu schreien? Es ist gefährlich. Ich bete. Das ist Selina. Wie viele? Ich werde die Schleuchzeichen nehmen. Falcone ist die Karte. Die Chemikalien. Wo sind sie? Die Welt ist in der Spiel, Dan, nicht wahr? Ja, recht holprig, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, ungefähr. Wie du spielst. Du... du musst das machen. Nur du jetzt, Master Bruce. Ich dachte, ich könnte dich hier finden. Die Nachrichten waren... für uns beide. Aber du solltest das sehen. Ich weiß, dass du hier für solide bist, Bruce. Mehr allegationen über seine tiefe zu der Unterwelt. Das ist nicht weg. Es ist alles so öffentlich und schrecklich. Sag mir, das alles ist ein LIE? Ich wünsche, ich könnte. Es gibt keine Engels in Gotham, Bruce. Vielleicht sind sie nie. Ich habe mich überrascht. 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 Ich möchte es von dir hören. Die Wahrheit ist, sie waren Billionaires, Bruce. Du kannst nicht amass das Kind von Wealthen ohne irgendwelche Kompromisse zu machen. Es ist einfach nicht möglich. Das Kind von Money taints dich. Mein Geld hat mich nie verraten. Ich habe mich überrascht. Und ich bin stolz. Aber du bist gar nicht der Norm. Ich bin stolz. 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 Wenn die Polizei mich zu holen, ich dachte, dass sie endlich verletzt hat, dein Vater. Ich kann nicht glauben, dass ein Low-Lieb-Thud wie Joe Chill, die die Audacity zu robben und zu töten Thomas Wayne hat. Er war einfach zu gut, zu... zu groß. Yet, da war es. Wenn mein Vater so tief in crime war, hätte er noch einen Schaden gehabt. Das ist eine faire Meinung. Du denkst nicht. Du hast immer gesagt, es war einfach ein Muggen. In 20 Jahren, du hast nie wachst von dieser Geschichte. Ich kann mich immer wieder auf jeden Moment der Nacht, in vivid detail. Aber vielleicht ist das falsch. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Maybe? Gucken wir uns aber um, ha? Gibt's denn alles? Wir können uns eine Nebengasse ansehen. Schau dir die Gasse genau an, um mich an die Vergangenheit zu erinnern. I want him standing here. Right now. And what would the Batman do with his own parent's killer? The possibilities are frightening. I'd only want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Okay, was haben wir denn noch alles? Da ist zwar ein Graffiti, aber nicht, dass wir die tollsten und geheimnisvollsten Dinge übersehen. Aber ich glaube, nein. Das Spiel will uns hier gerade echt nicht überfordern scheinbar. Na gut, schauen wir uns das Graffiti an. Das Spiel hat uns ja auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt, sag ich jetzt mal. Was ist das Graffiti? Er hat nur noch versucht, um uns zu retten. Er hat sich gedacht, dass er nicht in die Richtung ist. Er hat sich gedacht, dass er nicht in die Richtung ist. Er hat sich einfach nicht in die Richtung zu retten. Und was gibt's hier noch? Das Kino. Ich wusste das nie. Sie war immer so gut für mich. Wo genau die Erinnerung endet? Mit meinem Vater pleading. Du musst das nicht machen. Und die Schrauben. Und nach dem? Es gibt viele Unterschiede in dieser Erinnerung. Vielleicht. Ich möchte wirklich wissen... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Bruce, zurück! Take whatever you want! Nothing personal. Just business. They told me you had it coming. You... You... You don't have to do this. Doe von Komi. Are you kidding? He's making... a mistake. Bruce. Bruce. Bruce, bist du okay? Nein. Es war nicht ein Mug. Sie wurden verabschiedet. Und Carmine Falcone weiß warum. Und so weiter. Echt geil. GCPD 8.56 Uhr. Ich bin immer hier für dich. Aber das könnte uns beide in heißen Wasser. Ich habe alle Stringen mit dem Lieutenant. Es ist besser, wenn wir uns zurückkommen. Ich verstehe das, Arb, okay? Und es bedeutet viel für mich. Ich weiß, Bruce. Und es macht es nicht einfach. Die letzte Mal, wenn wir Falcone mit Falcone haben, die Presse macht uns Geld. At least, erzähl mir, was das ist. Ich bin alle für blinden Unterstützung. Aber ich sollte zumindest wissen, was ich mich in. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, Falcone hat einen Angriff auf meine Eltern. Wait, was? Bruce, das ist... Das ist schrecklich. Das ist deshalb, dass ich mit ihm spreche. Ich muss sicher wissen. Bruce, ich mag, dass du mich öffnest. Aber ich versuche, dass es cool ist. Ich will keine Headlines aus meiner Debatte mit Hill. Herr Präsident, wir haben endlich auf Falcone gelegt. Dank an die Informationen, die du mir gegeben hast, Bruce, er wird niemals rausgekommen. Oh, sorry. Informationen? Was Informationen? Oh. Ich glaube, du wusste. Ich ging zu kontaktieren, als erstes von deinem Geschäft. Aber alles hat sich ein bisschen beschäftigt. Ich habe ihm ein Zeichen gegen Falcone. Das ist eher wie ein Katalog von seinem gesamten Kriminalamt. Das ist ein Fall, das hat Falcone gelegt. Ist das eine Wahrheit? Das ist das, was ich gesagt habe, zu diesen... unorthodoxen Request. Nice job bringing in Falcone. Ja, das Sonnebüch better not get off again. Er ist nicht weg, Rene. Not this time. Mr. Wayne? Sergeant Rene Montoya. Ich wollte nur sagen, dass wir uns die Polizei unterstützen, obwohl die Medien gesagt haben. Dankeschön, Sergeant. Wir halten Falcone in der Infirmary. Er ist Glück, er hat nicht mehr gebrochen. Ich konnte sagen, Batman wollte ihn töten, aber er hat sich zurückgehalten. Er ist egal, dass er die richtige Sache macht. Whoever er ist, hinter der Maske. Batman ist ein Hero für mich. Ja. Es ist toll, zu wissen, dass er da vor der Stadt schaut. Okay, Falcone ist in der Infirmary. Sag, was du sagst. Wir sind hier raus. Na dann. Speckbäckchen. Episode 2. Schau einer an. Nicht mal ne Decke kriegst du. Kinder von Arkham. Was ist das? Bruce Wayne? Du hast eine kleine Klaut. Meine eigene Frau kann nicht in die Zeit sehen. Schau einer. Schau einer. Ich werde hier raus in eine Woche. Wie viele andere Mal, sie versucht mich zu entfernen. Du hast einen Schauern. Du hast einen Schauern. Du hast einen Schauern. Du hast einen Schauern. ihn so angekündigt. Du hast einen Schauern. Du hast einen Schauern. Du hast einen Schauern. Sie colouren. Du hast einen Schauern. Du hast mich mitbeeren. Du hast einen Schauern. Mehr als Cousins. Gehen zurück in die Jahre. Bis dann, dass du Joe Chill hattest, um ihn zu töten. Ah, das ist wirklich so, was das ist. Die Pop, um einen 20-jährigen Killen zu töten. Zwei Killen zu töten. Und sie wurden nie vergessen. Du und ich? Wir sind praktisch eine Familie. Ich dachte, dass du das ausprobiert hast. Nicht so. Ich versuchte, dass du mit dir eine Dentspartei hast. Und du? Du zeigst mir die Tür. Du hast eine ganze Klosette voll von Geburtstag, die ich nie konnte dir. Convince mich dann. Sag mir eine Geschichte über unsere große, happy Familie. Da ist es. Jetzt habe ich dich hooked. Dein Vater, Hill, und ich. Wir fahren diese Stadt. Ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch ein Schmerz. Ich kann das nicht überrasen. Ich kann das nicht überrasen. Morphine ist auf dem Seite. Sei ein guter Junge und helfen Uncle Carmine aus. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Insofern nicht so für dich nehm. Du wirst zu fassern für was du hast. Of course, you'd never know the truth. How much of your old man is in you? What kind of son did he make? I'm no murderer, Falcone. Unlike you. Yeah. That's why you were kept in the dark. He loved you, you know. He did it all for you. He protected his own. But if you got on his bad side, your father was more ruthless than any of us. He had a switch, you know. Still, he made us all rich. Including you. Some people just have the mind for it. He was one of the most brilliant men I ever knew. I hardly remember anything about him. Yet you see his legacy every day. In Wayne Enterprises. He made everyone rich. And you still had him killed. You really think I ordered the hit? Sure, I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take them out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that... Jesus, was? They're waiting for you in hell. Oh my God, du behindert, eh? The bastard had to die. Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Fuck, fuck, fuck. Sorry, YouTube. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close. We were this close. I don't, I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for a thousand unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in, and we're investigating. The usual. Someone planned this for a reason. Even if that's true, the simple fact is she gunned him down in his hospital bed. Lieutenant? Mr. District Attorney? The Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while. But we still need answers. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Okay. Come on. Come on. I'll be able to do something. I'll be able to do something. Oh, no. Ha. Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I don't need access to the Bat-Computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm going to try and confirm some suspicions of mine. Hmm. Jetzt können wir uns die Frau doch tatsächlich aus der Nähe angucken. Liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung. Ich würde sagen, bevor wir das machen, machen wir eine kurze Pause. Batman The Telltale Series. Es geht spannend los, wenn auch ohne Action, aber die Story, die erzählt sich und erzählt sich und erzählt sich. Und ich habe gar nicht mit so viel, na gut, in Anführungszeichen, Klarheit hinter dem Ganzen gerechnet. Ich habe gedacht, na, die Eltern sind vielleicht doch nicht so böse. Aber dass hier gleich so explizit Dinge gesagt werden und das in eine bestimmte Richtung gegraben wird, finde ich auf der einen Seite aber auch gut, weil man so das Fenster dafür öffnet, dass in dieser Episode und in den kommenden drei noch einiges abgeht. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.